Wer bin ich? Was ich geschrieben habe, ist trocken, gefühllos, finster. Du bist begabt. Du musst weitermachen. Und wenn er etwas vor trägt, dann glänzen seine Augen und sein Gesicht, das wird ganz gleich. Er hat so eine schöne, so eine schwärmütige Stimme, so eine Art, naja. Da, 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 da. Wo ist die Nacht? Die ist der Vorsicht. Dann fahr ich da jetzt hin, weil das muss die wissen. Ja, dann bin ich losgekommen. Wie wunderbar seine Erzählungen sind. Weiß ich nicht, hab ich nicht gelesen. Trigorin ist der wahre Held, weil jeder ihn für super hält und er sich auch noch selbst gefällt. Wenn du wüsstest, alles habe ich verloren. Sie liebt mich nicht. Ich kann nicht mehr schreiben. Ich habe keine Hoffnung mehr, Mama. Also wenn ich an so einem Gut leben würde, mit einem Seh, denken Sie, ich würde schreiben? Ich als einziger von allen bin nichts. Was war das? Nichts. Kostja! An so 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 Kostja! Untertitelung des ZDF, 2020